Die erste Frage, die Leute mir oft fragen über Kühlvitrine, ist, welche Sorte Kühlvitrine gibt es? Ja, es gibt statische Kühlung und es gibt forcierte Kühlung. Beide sind mit einem Kondensator, der kalte macht, aber bei statischer Kühlung, da geht die Luft von selber rund, also wird es nicht angetrieben und bei forcierte Kühlung, da gibt es immer Ventilatoren, die dafür sorgen, dass die Luft rund bläst durch die Kühlvitrine. Das bedeutet auch, dass wenn die Luft rund gepumpt wird, dass die Luft überall dieselbe Temperatur hat und bei Statiskühlung, dann gibt es das nicht. Neben den zwei Sorten Kühlungen gibt es noch Remote Kühlung, also das bedeutet, dass die Kühlvitrine ohne Motor ist und dass der Kühlaggregat separat von der Kühlvitrine ist. Meistens wird das gemacht, um nicht zu viel Lärm zu haben.